Bethesda Game Studios ist dafür bekannt, offene Welten mit nahezu grenzenlosen Möglichkeiten zu erschaffen. Aber was, wenn man noch mehr erleben könnte? Auf eine vollkommen neue Weise. Wir stellen vor den Creation Club, eine Sammlung neuer Spielinhalte für Skyrim und Fallout 4. Hier findet ihr neue Waffen, Rüstung, Outfits und Accessoires, neue Handwerksgegenstände, Häuser und sogar Gameplay-Anpassungen. Der Creation Club ist einfach und zugänglich. Einfach im Spiel die Auswahl nach Kategorie durchsuchen und direkt mit Credits kaufen. Neue Inhalte werden automatisch heruntergeladen. Creation Club-Inhalte werden von Bethesda Game Studios und anderen kreativen Köpfen erstellt. Etwa aus der Community. Diese Kreativen arbeiten eng mit Bethesda Game Studios zusammen. Also werden alle Inhalte mit sämtlichen Spielständen, Erfolgen und offiziellen Erweiterungen kompatibel sein. Der Creation Club öffnet diesen Sommer seine Pforten für Playstation 4, Xbox One und PC. Creation Club. Die Welten von Fallout 4 und Skyrim wurden gerade noch größer.